Hallo, ich begrüße Sie zur Klimaschau Ausgabe 121. Die Themen heute CO2 aus Vulkanschloten, die wahren Ursachen des geschrumpften Schatzsees und Bäume gegen Hitze. Alle Links zu den Themen finden Sie unten im Begleittext des Videos. La Palma. Am 19. September 2021 erwachte der schlummernde Vulkan auf der Kanareninsel La Palma. Drei Monate lang spuckte der Feuerdrache auf der südlichen Flanke der Insel der Cumre Vieja. Lava und Gase. Ein historisches Spektakel, das eine Vielzahl von Ausbruchstouristen anzog. Das aus dem Vulkan spulende Gas enthielt auch größere Mengen CO2. Wie viel dieses Treibhausgases sind jetzt freigesetzt worden und welche Rolle spielt dieser natürliche CO2-Eintrag in die Atmosphäre für den Klimawandel. Laut Schätzungen der lokalen Behörden gelangten beim Ausbruch etwa 18% von amerikanisches Kohlendioxid in die Atmosphäre. Allerdings handelt es sich um grobe Schätzungen, wobei mit starken zeitlichen Schwankungen zu rechnen ist. Über den Daumen gerechnet haben wir es vielleicht mit 90 Tagen von jeweils 1500 Tonnen CO2 zu tun, insgesamt also mit CO2-Emissionen von nur 135.000 Tonnen. Nur um eine Größenordnung zu nennen. Im Vergleich dazu lagen die Treibhausgasemissionen des Verkehrs in Deutschland 2020 bei 146 Millionen Tonnen CO2, also etwa 1000 Mal höher. In einem Beitrag von Korrektiv gibt der Vulkanologe Boris Benke jedoch zu bedenken, dass aktive Vulkane auch ohne Eruption Kohlendioxid ausstoßen können. So ergaben CO2-Messungen des Vulkanologischen Instituts der Kanarischen Inseln aus dem Jahr 2017, dass die damals ruhige Cum Riviera auf La Palma täglich etwa 800 Tonnen CO2 ausstieß. Übers Jahr zusammengerechnet sind das immerhin 290.000 Tonnen. Aber es gab auch schon bedeutendere Emissionen bei Vulkanausbrüchen. Als 1991 der Pinatubo auf den Philippinen ausbrach, gelangten 50 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Das ist immerhin ein Drittel der jährlichen CO2-Emissionen des deutschen Verkehrssektors. Eine weitere CO2-Schleuder ist der Ätna auf Sizilien. Aus ihm entgasen täglich enorme 9.000 Tonnen CO2, was 10 Prozent des aktuell wirtweiten vulkanischen CO2-Ausstoßes entspricht. Ursache des CO2-reichen Magmas ist wohl ein kohlenstoffreiches Erdplattenstück, das vom Magma auf dem Weg aus dem Erdmantel zur Erdoberfläche durchstoßen wird. Dies ergaben geochemische Analysen eines deutsch-italienischen Forscherteams um Alessandro Bragani. Auch aus dem Kilauea auf Hawaii entgasen große Mengen an CO2 immerhin etwa 3.000 Tonnen pro Tag. Auf Island entlässt die Kattler-Spalte jeden Tag 12.000 bis 24.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Sie haben richtig gehört, täglich. Laut einer Studie eines Teams um Evgenia Ilyinskaya von 2018 entspricht dies bis zu 4 Prozent der globalen CO2-Emissionen von nicht eruptiven Vulkanen. Im Januar 2022 ereignete sich ein riesiger Ausbruch in Tonga, bei dem vulkanische Asche mehr als 40 Kilometer hoch bis in die Stratosphäre katapultiert wurde. Chinesische Forscher stellten fest, dass sich der atmosphärische CO2-Gehalt in Tonga schlagartig von 412 auf 414 ppm erhöhte. Ganz offensichtlich setzte der Ausbruch auch größere Mengen an CO2 frei. Forscher des Deep Carbon Observatory Program schätzen die jährlichen weltweiten vulkanischen CO2-Emissionen auf 280 bis 360 Millionen Tonnen. Das ist etwa doppelt so viel wie die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors in Deutschland. Natürlich schwanken die vulkanischen CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr, allerdings kann man davon ausgehen, dass sie sich historisch meist in einer bestimmten Bandbreite bewegt haben, die die Natur gut abpuffern kann. Dies zeigt die recht konstante CO2-Konzentration der letzten 10.000 Jahre in vorindustrieller Zeit an. Insofern gehören die vulkanischen CO2-Emissionen zum natürlichen Hintergrundgeschehen und spielen für den Klimawandel keine wichtige Rolle. Zentralafrika. Der Klimawandel wird heute reflexhaft für fast alles verantwortlich gemacht. Zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu nass. Immer soll der Klimawandel schuld sein. Eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern protestieren gegen diese simplistische Sichtweise. Denn mit der Masche versuchen mittlerweile auch Politiker ihre Planungsfehler zu kaschieren. Erst diese Vorsorgefehler machen Extremwetter nämlich zu wahren Katastrophen. Der Wissenschaftsjournalist Fred Pierce hat im Februar 2022 auf der Plattform Yale Environment 360 eine Reihe von Beispielen präsentiert, bei denen das Klimanarrativ missbraucht wurde. Die Webseite wird von der angesehenen Yale School of the Environment in New Haven, Connecticut betrieben. Den Einstieg macht das Sommerhochwasser in Deutschland von 2021. Hier ist dokumentiert, wie die deutschen Politiker allen voran Angela Merkel den Klimawandel vorschoben, um von eigenen Versäumnissen abzulenken. Insbesondere hätte die großflächige Umwandlung von Moorgebieten in Ackerland die Saugfähigkeit der Böden für Starkregen enorm reduziert. So wurde der Niederschlag nicht mehrere Tage von den Mooren zwischengespeichert, sondern gelangt innerhalb von Sekunden und Minuten in den Flüssen. Laut einer Analyse der niederländischen Beratungsfirma Stroming hätte der ursprünglich schwammähnliche Boden das Hochwasser um ein Drittel niedriger ausfallen lassen. Ein anderes im Artikel genanntes Beispiel ist die Dürre und Hungersnot in Madagaskar von 2021. Auch hier bemühten lokale Politiker vor allem den Klimawandel als Hauptschuldigen. Die Wissenschaft widersprach. Ein Team um Luke Harrington vom New Zealand Climate Research Institute analysierte die historische Dürreentwicklung in Madagaskar und fand, dass sich die Regenfälle noch innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite bewegen. Der Hauptgrund für die Hungerkrise wäre viel mehr Armut und fehlende Bewässerungsmöglichkeiten. Ein weiteres Negativbeispiel ist der Tschadsee. Vor einem halben Jahrhundert war der See im Zentrum Afrikas noch riesig. Ende des 20. Jahrhunderts schrumpfte der Tschadsee jedoch dramatisch um 95 Prozent. Fischer konnten nicht mehr mit ihren Booten herausfahren, Landwirte konnten ihre Felder nicht mehr bewässern und verloren ihre Lebensgrundlage. Viele Menschen verließen daraufhin die Region. Nigerias Präsident Mohamedou Buhari kannte den Schuldigen ganz genau. Auf einer Investorenkonferenz erklärte er 2021, dass vor allem der Klimawandel hinter der Misere stecke. Und die Afrikanische Entwicklungsbank bezeichnete den Tschadsee als lebendes Beispiel dafür, wie der Klimawandel Afrika zerstört. Fred Pierce erinnert seine Leser jedoch an die wahren Gründe des geschrumpften Sees. Dürren hatten den Tschadsee in den 1970er und 80er Jahren stark reduziert, danach erholten sich die Regenfälle jedoch wieder. Trotzdem blieb der See klein. Das Problem, das üppige Regenwasser konnte den Tschadsee gar nicht mehr erreichen. Nigeria, Kamerun und Tschad hat nämlich die Zuflüsse mittlerweile zu einem großen Teil umgeleitet, um das Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung der wachsenden Bevölkerung zu nutzen. Eine Studie von 2019 fand, dass die übermäßige Wassernutzung der Zuflüsse 70 bis 80 Prozent des Tschadsee-Problems verursachte. Robert Oaks von der United Nations Universities Institute for Environment and Human Security in Bonn bemängelt, dass die Fixierung auf den Klimawandel die Identifizierung und Behebung der wahren Probleme verhindert habe. Es wäre ein leichtes gewesen, die Flüsse wieder ungehindert fließen zu lassen und so dem See wieder zum Wachstum zu verhelfen. Der lesenswerte Bericht von Fred Pierce erschien im Februar 2022 auf der Plattform Yale Environment 360. Seattle. Wenn die Temperaturen weiter steigen, werden auch die Tropen immer heißer. Wird das Leben denn dort dann überhaupt noch möglich sein? Eine Forschergruppe um Lucas Zeppeletto von der University of Washington empfiehlt den Tropenbewohnern ein ganz einfaches Rezept, wie sie ihre Region effektiv herunterkühlen können. Die Wissenschaftler werteten Satellitenbilder tropischer Gebiete für die vergangenen Jahre aus. Dabei fanden sie, dass bewaldete Gebiete viel kühler waren als unbewaldete. Das sollten die Bewohner der Tropen ausnutzen. Wenn sie auf ihrem Weideland zusätzlich einige Bäume pflanzen würden, ergebe dies einen überraschend hohen Kühneffekt. Würden sie pro Hektar Bäume mit einem Gewicht von 10 Tonnen anpflanzen, ergebe dies einen Abkühlungsbetrag von bis zu 2,4 Grad. Hierbei spielt auch noch eine Rolle, wie dicht die Bäume gepflanzt werden. Durch diese simple Anpassungsmaßnahme könnte bereits viel erreicht werden. Die Veröffentlichung erschien im Februar 2022 im Fachblatt Nature Communications. Soweit die Nachrichten von der Klimaschau. Ich freue mich über Ihre Kommentare und Fragen hier unter diesem Video. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Alles Gute, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.